Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zu einem doch sehr besonderen Video auf jeden Fall. Zum, ja, wenn man so möchte, Special des 5-jährigen Jubiläums von mir, von Andy Knight. Ja, seit 5 Jahren mache ich das Ganze hier mittlerweile, heute auf den Tag genau. Und ja, deswegen dachte ich mir, komm, ich mache mal so eine Art Podcast, in dem ich einfach mal so ein bisschen zurückblicke auf den gesamten Kanal, vielleicht auch ein paar Sachen eingehen, die ich bisher noch gar nicht erzählt habe. Einfach mal so komplett quer durchgucken, was alles bisher stattgefunden hat. Ich habe kein Skript für dieses Video, ich habe keine Notizen für dieses Video. Ich habe mir einfach nur mal meinen Kanal aufgemacht, habe so die Videos durchgescrollt, beziehungsweise das werden wir dann halt im Laufe dieses Podcasts hier machen und über das eine oder andere wahrscheinlich dann so ein bisschen noch reden währenddessen. Ja, auch auf ein paar Analytics eingehen vielleicht. Ein paar Hintergrundstorys. Wie gesagt, ich habe, ich werde hier einfach komplett frei reingehen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht geht das Video in einer halben Stunde, vielleicht 5 Stunden. Irgendwas dazwischen wird es wahrscheinlich sein. Aber bevor wir jetzt damit anfangen, möchte ich erstmal allgemein vielen Dank sagen. Vielen, vielen Dank an alle, die hier über die letzten 5 Jahre mit dabei waren und die weiterhin mit dabei sind. Auf der einen Seite muss ich sagen, es ist krass für mich, dass es mittlerweile schon 5 Jahre sind. Auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise sagen, dass es einfach innerhalb dieser 5 Jahre so ein krasser Aspekt meines Lebens ist, dass ich es mir fast gar nicht mehr vorstellen kann ohne YouTube und ohne Twitch. Das möchte ich auch vielleicht nochmal ausdrücklich sagen, dass ich hier jetzt nicht mein 5-jähriges YouTube-Special feiere, sondern 5 Jahre an die Neid. Da gehört Twitch für mich einfach mit dazu, deswegen werde ich auch darauf vielleicht noch ein bisschen eingehen dann. Aber wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank an alle, die mit dabei waren, die teilweise auch von Anfang an schon mit dabei sind. Da gibt es auch noch ein, zwei Leute. An alle diejenigen, die irgendwann mit dazu gekommen sind, an alle, die vielleicht auch irgendwann nochmal dazukommen werden und vielleicht sich jetzt rückwirkend betrachtet, dieses Video hier anschauen bzw. anhören ist es ja wahrscheinlich eher. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, an jeden Einzelnen von euch. Ich, wie gesagt, finde es gigantisch, dass das Ganze mittlerweile schon 5 Jahre hier stattfindet und dass ich das Ganze noch so machen kann, wie sich das Ganze auch entwickelt hat, bin ich sehr, sehr stolz drauf und ja, hoffe, dass es noch sehr, sehr viele Jahre so weitergehen wird. Wie gesagt, ich kann es mir halt, das Leben ohne diesen, ja, ohne den Kanal auf YouTube und auf Twitch, ich kann mir das einfach nicht mehr vorstellen. Und hoffe, wie gesagt, deswegen einfach, dass es halt noch lange, lange, lange so weitergehen wird. Ich möchte auch natürlich direkt im Vorfeld eine Sache sagen. Es wird jetzt kein überkrasses Special-Video noch geben oder so. Da braucht ihr gar nichts erwarten. Ich hatte einfach die letzten Wochen allgemein einfach sehr wenig Zeit. Ähm, und bin auch ehrlich, ich hatte das 5-jährige Special so ein bisschen verdrängt. Das ist mir erst so im Januar dann wieder aufgefallen, dass das Jahr bald stattfindet. Ähm, ja, und dann war es halt auch schon ein bisschen zu spät, irgendwas aufwendiges zu machen. Das heißt, es wird jetzt halt dieser Rückblick hier und heute Abend wird noch ein Livestream stattfinden auf Twitch, wo wir dann ein bisschen F1 spielen werden und Force Horizon 5. Allerdings recht entspannt, auch da ohne großartiges Special, weil ich da einfach nicht wirklich Zeit hatte, was zu organisieren. Das tut mir leid. Ähm, aber ich glaube, es ist auch einfach mal ganz schön, so ein bisschen was Entspannteres zu machen. Wie gesagt, hier jetzt einfach mal ein bisschen entspannt zurückgucken und Abend ein bisschen entspannt, dann auch Twitch zu streamen eben mit euch. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn da dann auch der ein oder andere von euch am Start wäre. Und ich weiß jetzt, was der ein oder andere vielleicht auch erstmal in die Kommentare hauen wird, weil man kann ja auf YouTube auch sortieren nach ältestem Video zuerst und da wird der ein oder andere sich jetzt sagen, Moment mal, Andi, dein erstes Video auf dem Kanal. Das war aber am 28.01.2017 und nicht am 6. Februar. Und ja, das Ding ist, dieses erste Video, was erschienen ist auf dem Kanal, war nicht für die Öffentlichkeit in dem Sinne gedacht. Das kann ich jetzt vielleicht mal ein bisschen ausführen. Und ist einer der Aspekte beispielsweise, auf den ich glaube ich bisher noch nie wirklich eingegangen bin, was denn es mit diesem ersten Video überhaupt auf sich hat. Das erste Video, was auf dem Kanal existiert, ist ein Infovideo zu einem, ja, zu einer Liga ist es glaube ich eher, ich glaube so würde ich es nennen, die sich Project Motorsport nannte. In Force Motorsport 6 habe ich eine, wie wir es eben genannt haben, GT-Liga veranstaltet. Ich weiß, sehr kreativer Name, kreative Namen kann ich. Ist auch mit der Grund, warum ich, wenn ich mit irgendjemandem bei irgendeinem Event in einem Team zusammenfahre, immer sage, komm, mach du den Namen, ich packe das nicht. Weil, naja, bei mir kommt eben sowas wie GT-Liga raus. Auf jeden Fall war das in Motorsport 6 eben eine Liga, wo wir mit den verschiedenen GT-Fahrzeugen gefahren sind. GT3, GTE, GT1 und auch Super Trofeo beispielsweise, die alle auf ein Niveau angeglichen. Und, ja, sind da dann eben eine Liga einfach gefahren. Und als Nachfolger davon war eben Project Motorsport angedacht. In Motorsport 6 eben noch. Und das Ganze wollte ich aber da ein bisschen auf ein anderes Level hochbringen. Und wollte da eben weggehen von den vorgefertigten GT-Wagens, sondern wollte eigene Fahrzeuge bauen. Was dann eben beispielsweise ein Mustang hätte sein können, ein M4 beispielsweise auch. Oder Ferrari 458, ein Evo 10. Wie gesagt, einmal quer durch alles. Und diese dann eben rennwagenmäßig aufbauen, auf ein Niveau bringen. Und das Ganze sollte eben der Nachfolger der GT-Liga werden. Das Info-Video dazu, wo ich so die ersten Informationen dazu gedroppt habe und auch, ja, nach Feedback gefragt habe, war für die Leute gedacht, die an der GT-Liga teilgenommen haben. Und auch, um eventuell dieses Projekt einfach allgemein ein bisschen zu promoten, da vielleicht eine kleine Plattform zu bieten dafür. Es war nicht angedacht zu dem Zeitpunkt, dass ich YouTube mache. Das war nicht der Plan. Was witzig ist, weil eine Woche später dann das erste Video erschienen ist. Aber dazwischen sind halt so ein paar Sachen passiert, wie gesagt, weshalb das dann eben so stattgefunden hat. Aber, um vielleicht auf den allgemeinen Punkt zurückzukommen, der Grund, warum ich das Video eben nicht als den Start von Andi Knight sehe, ist ja, ist an sich eigentlich relativ simpel, weil für mich hat Andi Knight nicht mit diesem Video angefangen. Das Video war für mich nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Sondern Andi Knight hat angefangen mit Need for Speed Hot Pursuit. Das war das zweite Video dann auf dem Kanal. Als ich dann eben das erste Let's Play gemacht habe, es war, wie gesagt, Need for Speed Hot Pursuit. Und damit hat für mich persönlich das Ganze hier überhaupt angefangen. Und dementsprechend werte ich auch das als das Jubiläum, wenn man so möchte. Und der Grund, warum ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, ist an sich eigentlich sogar relativ witzig. Ich habe ja schon weit, bevor ich selber YouTube-Videos gemacht habe, war ich ja schon bei den Pixelhelden. Bei sehr, sehr vielen verschiedenen Projekten dabei. Bei früher, bei noch mehr als heute sogar. Da war ich bei Forza natürlich dabei. Da war ich bei Rocket League dabei. Bei TTT war ich schon das ein oder andere Mal mit am Start. Und das hat halt dazu gesorgt, dass ich halt auf dem Pixelhelden-Kanal dann irgendwann auch bei den Zuschauern präsent war, sage ich einfach mal. Dass ich war halt da schon ein bisschen bekannter als jetzt so die anderen Leute, die da bei den Multiplayer-Folgen beispielsweise mitgemacht haben. Und ich war halt dann auch ab und zu mal bei Livestreams dabei. Äh, von den Pixelhelden. Und da wurde dann halt auch ab und zu mal gefragt, so von den Zuschauern, wenn ich halt mit dabei war oder wenn ich im Chat war oder so. Sag mal, Andi, warum machst du eigentlich nicht YouTube? Und das ist so eine Sache, die mir dann im Endeffekt den richtigen Antrieb gegeben hat. Weil ich wollte schon länger YouTube machen, dachte mir aber so, hm, weiß ich nicht. mich da überall reinzufuchsen und alles. Dafür, dass am Ende vielleicht doch niemand guckt, hm, weiß ich nicht. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Aber dadurch, dass ich halt gesehen habe, es gab Leute, die daran Interesse haben, habe ich dann gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach. Und dann war halt die Frage, was wird denn das erste Projekt auf dem Kanal sein, was ich mache? Und da war es im Prinzip für mich eine relativ einfache Wahl sogar. Weil Needless Behold Pursuit war das erste, ich sage jetzt mal, richtige Rennspiel, was ich gespielt habe, wo auch reale Fahrzeuge vorgekommen sind. Klar, wie gesagt, ich habe früher beispielsweise, haben wir ja letztes Jahr auf den Kanal gebracht, ich habe Disney Cars beispielsweise deutlich früher gespielt. Das ist auch das erste Spiel nach wie vor, an das ich mich überhaupt erinnern kann, das gespielt zu haben. Und das habe ich ja auch rauf, runter, links, rechts gespielt. Ich hätte das wahrscheinlich damals wirklich blind spielen können. Aber Hot Pursuit war eben so das erste Rennspiel, was bekannter ist, sage ich mal, was ich gespielt habe, wo eben auch reale Fahrzeuge vorgekommen sind. Und deswegen war das für mich eigentlich relativ klar, dass ich, wenn ich anfange, ich mit Hot Pursuit eben anfange. Aber das war nicht das einzige Video, was an dem Tag erschienen ist. Und das hat mich selber gewundert, als ich das gesehen habe. Aber am gleichen Tag noch ist noch ein anderes Video erschienen, und zwar ein Infovideo zu Forza Horizon 3. Wir befinden uns 2017, da wurde Horizon 3 auch noch geupdatet. Und da habe ich tatsächlich ein Infovideo gemacht zum Playseat Car Pack. Es war, glaube ich, das letzte Car Pack aus dem Car Pass oder eines der letzten auf jeden Fall. Und ich dachte mir einfach so, komm, Forza kenne ich mich aus, da rede ich einfach mal ein bisschen drüber. Und das Ganze kam damals halt auch wirklich, wirklich gut an, dass ich das gemacht habe. und ist tatsächlich halt einfach eine Sache, wo ich dann mir persönlich einfach dachte, okay, die Leute haben Bock, dass ich Forza mache. Das Ding ist halt jetzt, dass ich damals den PC hatte, der Forza nicht zum Laufen gebracht hat. Unmöglich. Und ich hatte halt kein Geld für eine Capture Card. So simpel ist das einfach. Wenn ich eine Capture Card, ich hatte mich damals halt auch nicht wirklich umgeguckt nach Capture Card. Ich dachte halt, es gibt nur Elgato. Und die sind halt doch einfach relativ teuer gewesen für mich. Und dementsprechend hat das halt nicht funktioniert. Ich habe dann halt dementsprechend sehr, sehr viele andere Projekte gemacht. Ich kann auch vielleicht allgemein erstmal sagen, dass 2077 Videos auf dem Kanal existieren. Davon sind ein paar privat gestellt beziehungsweise nicht gelistet. Und das sind auch nur die Videos. Livestreams sind nochmal. Warte, kann ich kurz gucken. Habe ich auch offen. Livestreams sind dann auch nochmal 221. Das Ganze halt über 5 Jahre gesehen heißt, im Schnitt ist jeden Tag ein Video erschienen. Nur um mal hier diese Masse an Videos zu visualisieren. Das ist krass einfach. Und ich habe auch tatsächlich am Anfang dann eben von YouTube das Ganze auch recht aktiv gemacht eigentlich. Ich hatte glaube ich einmal eine größere Pause, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Und ich habe halt sehr viele verschiedene Projekte angefangen, die ich dann aber auch sehr schnell beendet habe. Auf jeden Fall. Ich habe beispielsweise Stadt an Fluss gemacht. Und Stadt an Fluss ist halt ein Projekt gewesen, wo ich mir dachte, okay cool, ich mache mal ein bisschen Multiplayer mit ein paar Leuten. Das kam auch an sich gut an auf jeden Fall. aber ja, war halt damals war ich halt noch in der Schule. Da war das Ganze dann auch für mich zeitig ein bisschen schwierig, das Ganze immer wieder einzurichten. Deswegen habe ich das halt naja, nicht so unbedingt weitergeführt. Da gab es dann keine Ahnung, 5, 6 Folgen oder was. Mehr halt nicht. Was gab es noch? Terraria hatte ich als LP angefangen. Aber das habe ich dann auch sehr früh beendet, weil halt Terraria Singleplayer LP einfach keinen Sinn ergibt. Terraria ist ein Multiplayer-Spiel, das habe ich dann auch nach 2, 3 Folgen gecheckt auf jeden Fall. Sky Factory 3 auch noch im gleichen Monat sogar. Also Minecraft eben, Minecraft Sky Factory 3 im gleichen Monat noch, wo ich mit YouTube angefangen habe. Ebenfalls angefangen, auch ein Projekt, was ich sehr früh beendet habe, weil ich da einfach gemerkt habe, das interessiert nicht so viele und ich hatte da auch nicht mehr so viel Interesse dran, dass ich dann eben das letztendlich abgebrochen habe. Rocket League natürlich habe ich angefangen, da ein paar Folgen zu machen, weil Rocket League war halt damals noch ein Spiel, was ich doch noch ab und zu mal gespielt habe, auf jeden Fall. Ich war in Rocket League auch recht gut an sich und deswegen dachte ich mir, komm, okay, Rocket League kann man vielleicht auch mal ein paar Folgen machen. 2017 war Rocket League aber halt auch schon so, ja, man kann sagen, aus dem ersten Hype raus. Das hat jetzt auch nicht so dramatisch viele Leute mehr interessiert und es gab da trotzdem ein paar Folgen, die ich auch ganz cool fand, auf jeden Fall damals mit einigen der Matches, wo ich mich sogar wirklich heute noch dran erinnern kann, ein paar Tore, die ich geschossen habe und das ist kein Spaß. Ja, das war auf jeden Fall eine coole Sache mit Rocket League damals. Rocket League habe ich auch nicht mit den Pixeln dann auf dem Kanal gemacht. Ich glaube, es gibt keine Rocket League Folge auf dem... Doch, 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 klar, natürlich. Warte mal. Ich glaube sogar, die ersten Rocket League Folgen waren sogar noch mit den Pixelhelden. Okay, vielleicht nicht unbedingt. Wenn ich mir die Folge angucke, dann nicht unbedingt. Aber hundertprozentig gibt es Rocket League Folgen mit den Pixelhelden auf dem Kanal. Das weiß ich, weil... Wobei, dazu kommen wir noch. Wobei, nee, ich kann es eigentlich vorwegnehmen. Wir haben ja, wie gesagt, keine Struktur eigentlich. Ich habe ja auch ganz am Anfang Monats-Best-Offs gemacht, die grottenschlecht sind aus heutiger Sicht. Also wirklich, das... Boah, das kannst du dir eigentlich nicht geben. War ich auch schon ein paar Mal überlegen, die offline zu nehmen, weil ich die einfach unglaublich schlecht finde. Aber hey, bisher sind sie noch online. und da gab es auf jeden Fall Aussehenden, in denen ich mit dem Pixelhelden Rocket League gespielt habe. Also da muss es auf jeden Fall Videos geben. Und was ich jetzt gerade sehe, das war so früh? Krass, okay. Ich habe in Motorsport 6, damals dann tatsächlich, doch, ich habe Videos gemacht. Aber über ein sehr unkonventionelles System. Und zwar gab es dann irgendwann die Möglichkeit, von der Xbox One Spiele auf dem PC zu streamen. Dass das Spiel quasi läuft auf der One, man allerdings dann den Ausgang quasi, also das Spiel auf seinem Monitor am PC sieht. Und das habe ich damals genutzt, um zumindest kleine Videos zu machen in Motorsport 6. Das waren dann eben am Anfang, es ist ein genialer Formatname, TGTTT. Was dann für Top Gear Test Track ist, wo ich eben ein Auto genommen habe, das Ganze über die Top Gear Test Strecke gefahren bin und davon eben dann eine Zeit genommen habe und das Ganze eben aufgenommen über dieses Prinzip des Streamen eben auf dem PC. PC. ja, das waren dann so eben, das war mein erstes Forza Video auf dem Kanal, wo ich halt wirklich Forza aktiv gespielt habe. Wo ich halt auch schon gemerkt habe, allein an den Aufrufen einfach, dass ich halt doch bei den Pixel einfach für Forza vor allem bekannt bin und die Leute halt einfach Forza von mir sehen wollen, aber es hat halt doch noch sehr, sehr lange gedauert, beziehungsweise so lange war es gar nicht, anderthalb Jahre. Auf jeden Fall hat es knapp anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann Forza auf dem Kanal gemacht habe. und dann waren das im Prinzip erstmal relativ lang meine Formate. Dann kam das erste Video, was View-technisch einen wirklich harten Push bekommen hat, wo ich maßlos überfordert war. Das Video hatte, glaube ich, nach 24 Stunden irgendwas um die 100 Aufrufe, was halt eine unfassbar krasse Zahl war und das, was aber krass war, das hat nicht aufgehört. Das ging dann, ich kann das ja auch einfach mal nachgucken, das ging, glaube ich, rechnet dann auf 1000 Aufrufe hoch und dann irgendwann 2000. Das war das war crazy auf jeden Fall. Das war super verrückt. Das war ein Video, in dem ich in Horizon 3 über das April DLC geredet habe, denn es wurde kein April Carpack angekündigt für Horizon 3 und dann habe ich halt ein bisschen spekuliert einfach, habe so gesagt, das könnte ein Fast and Furious Carpack sein, das könnte ein Porsche Carpack sein oder irgendwas in die Richtung und ich glaube, mit Porsche hatte ich sogar recht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube, nee, Porsche kam ein bisschen später. Ich glaube, im April kam einfach kein Carpack. Ich habe wirklich einfach nur ein bisschen spekuliert, ich habe es aber, muss ich sagen, aus heutiger Sicht falsch genannt. Was auch erklärt, warum das Video gerade mal in Anführungszeichen 86% Likes hat, weil wie gesagt, ich habe es halt Infovideo genannt, obwohl es Spekulation war. Für mich war es damals das gleiche, aus heutiger Sicht würde ich das halt natürlich anders machen. Aber das war das erste Mal wirklich, dass ein Video wahnsinnig viele Views bekommen hat und ich wusste nicht, warum. Keine Ahnung, war mir damals einfach neu. Und wie gesagt, das waren dann so erstmal die Projekte, die sich hier durchgezogen haben. Genau, dann kam die Hot Wheels Expansion in Horizon 3, dazu habe ich auch noch Infovideos gemacht. Also der Corsa Car-Mods habe ich gemacht, was dann auch das erste Mal war, dass ich professionellere Thumbnails gemacht habe. Aber damals tatsächlich, interessanterweise, habe ich bei Assetto Corsa aus irgendwelchen Gründen den Spieltitel nicht ins Thumbnail gepackt. Das habe ich bei allen anderen Projekten gemacht, nicht bei Assetto Corsa. Nee, bei Forza auch nicht. Bei Motorsport 6. Hm, interessant auf jeden Fall. Oh ja. An das Video erinnere ich mich. Da erinnere ich mich aber dran. 8.05.2017 Schach. Mit Michael. Es war so dumm. Es war so eine hirnverbrannte Idee. Wir machen jetzt einfach mal Schach auf dem Kanal. Und es hat funktioniert. Ich hatte mega Laune an dem Video einfach. Das war so cool einfach nur. Ich muss glaube ich nochmal Schach spielen. Habt ihr Bock nochmal Schach zu sehen? Ich glaube ich muss mal Schach spielen auf dem Kanal. Das war super einfach nur. So, genau. Dann hier immer noch nach wie vor sehr viel Oh, TTT. TTT hat angefangen. Trouble in Terrorist Town. Das TTT war lange Zeit mein Lieblingsformat auf dem Kanal. Und zwar sehr lange Zeit auf jeden Fall. TTT habe ich damals gespielt zum einen in einer privaten Gruppe damals und zum anderen auch bei den Pixelhelden war ich ab und zu mal zu Gast. Und das war super cool einfach. TTT ist ja ein Spiel was mir vom Spielprinzip her extrem gefällt. Heute noch. Was ich gerne auch nochmal spielen würde. Wo es ja eben darum geht man hat eben die Innocence und die versuchen die Traitor zu finden und die Traitor eben abzuschießen. Klingt jetzt sehr ähnlich wie Among Us. Ist es auch. Mit dem Unterschied eben dass es halt keine Meetings gibt sondern Waffen und jeder kann schießen. Das ist so der krasseste Unterschied aber wie gesagt solche Taktikspiele habe ich damals schon sehr gefeiert und ja TTT war ich auf jeden Fall auch immer gerne mit am Start. So was haben wir hier noch alles so schön was haben wir hier noch. Dirt 3 haben wir damals im Multiplayer gespielt lustigerweise ich weiß nicht warum ich mich dazu entschieden habe Dirt 3 habe ich angefangen auf dem Kanal zu bringen an dem Tag an dem Dirt 4 erschienen ist. Das war nicht unbedingt die klügste Entscheidung die ich hier hatte und ja dann habe ich tatsächlich und hier ist es auch ich wusste dass es existiert ich habe eine Pause gemacht 3 Wochen lang in diesen 3 Wochen sind immer noch Videos erschienen und mir fällt gerade auch auf ich habe in diesen 3 Wochen auch definitiv noch Videos aufgenommen deswegen verstehe ich nicht warum ich eine Pause gemacht habe wenn ich gar keine Pause gemacht habe aber ich habe schon immer eine Pause gemacht von 12.7. bis 1. Oktober 2017 aber da ist dann auch scheinbar also ich habe ein Infovideo aufgenommen zu Motorsport 7 das wurde damals angekündigt die ersten 167 Autos da habe ich die Pause dann scheinbar aufgehoben war gut also ich habe immerhin eine kleine Pause gemacht so eine Woche ungefähr was naja die längste Pause ist die ich bis heute von YouTube gemacht habe aber gut lassen wir das einfach mal so im Raum stehen äh oh ja Terraria Talk daran kann ich mich erinnern da war ich in den Niederlanden im Urlaub und habe einfach mich hingesetzt in Terraria mit Multi zusammen und habe einfach ein bisschen über den Urlaub erzählt habe das in drei Teile aufgeteilt äh weil das doch ansonsten einfach zu lange ging das waren zwei Stunden am Ende des Tages aber das war sehr cool da kann ich mich auch auf jeden Fall dran erinnern das war das war nice oh ja und dann kam ein Projekt eines von zwei Projekten was ich nahezu ausschließlich aufgrund der Viewzahl abgebrochen habe und zwar Pokémon Weiß beziehungsweise Pokémon Worldwide und da muss ich auch ehrlich sagen war ich nicht intelligent ähm ich wollte damals auf jeden Fall ein Pokémon Spiel auf dem Kanal bringen und dachte mir halt eben so okay was mache ich denn für ein Pokémon was ich nicht bedacht habe ist dass ich erstmal euch wie Zuschauer an Pokémon ranführen muss und dementsprechend halt wahrscheinlich erstmal ein ähm normales Pokémon Spiel nehmen sollte was ich stattdessen gemacht habe ist ich habe Pokémon Worldwide gespielt Pokémon Worldwide war ein ähm man kann sagen eine erweiterte ROM von Pokémon Worldwide also von der weißen Edition eine Modifikation könnte man es glaube ich eher nennen und ähm die war eben ein bisschen schwerer von der ähm von den Kämpfen her es wurden andere Pokémon gefangen man konnte alle Pokémon allgemein fangen und das war nicht intelligent von mir das dann als das erste Pokémon Spiel durch den Kanal zu bringen das war nicht klug von mir hat im Endeffekt dafür gesorgt dass halt teilweise wirklich die Videos über Tage hinweg null Aufrufe hatten ähm weshalb ich dann letztendlich dann auch das relativ schnell abgebrochen habe tatsächlich aber ja Pokémon haben wir ja mittlerweile das eine oder andere Mal gespielt dazu kommen wir dann ja demnächst auch noch genau wir haben dann auch sehr schnell tatsächlich 100 Abonnenten erreicht und das fand ich krass wie gesagt Anfang Februar habe ich angefangen und fünf Monate später recht genau am 4. Juli 2017 gab es dann das 100 Abonnenten Special natürlich habe ich das so gelegt dass das an meinem Geburtstag dann ist hat halt zeitlich gut gepasst dann hatte ich auch direkt ein gutes Special Video für meinen Geburtstag eben da gab es ja eigentlich immer bisher irgendwas Besonderes ähm und das war glaube ich auch ein kleines Best auf einfach von allem was bisher passiert ist wenn mich nicht alles täuscht war auf jeden Fall krass dass ich dann wie gesagt so schnell die 100 Abonnenten erreicht habe dann kann man allerdings auch sagen ging es in eine schwierige Phase ich habe halt dann noch sehr viele Projekte gemacht habe auch beispielsweise in Assetto Corsa sehe ich hier gerade das Ferrari Carpack äh reviewt habe das Ganze auch ordentlich durchgezogen jeden Tag eines der Fahrzeuge dann vorgestellt aus dem Ferrari Carpack in Assetto eben ähm aber habe dann auch noch versucht so ein paar andere Projekte zu machen sowas wie GTA 5 Car-Mods beispielsweise ich habe noch mal Terraria probiert da allerdings dann im Multiplayer wer war da dabei ähm Multi wahrscheinlich und ich glaube Momo müsste das sein bin ich mir ziemlich sicher ja doch auf jeden Fall okay cool ähm Car Mechanic Simulators erschienen TTT Marvel vs Capcom habe ich auf dem Kanal gespielt stimmt aber weshalb die Sache halt schwierig wurde dann erstmal für ja kann man durchaus sagen für ein Jahr auf jeden Fall ähm ist einfach weil sich dann von den Zahlen her quasi nichts getan hat und das war halt für mich so ein bisschen schwierig am Ende des Tages weil im Endeffekt wie gesagt die 100 Abonnenten hatte ich sehr schnell erreicht und bis allerdings tatsächlich Horizon 4 erschienen ist und ich dann halt auch Horizon 4 gespielt habe dazu kommen wir gleich ich überspringe gerade zeitig gesehen sehr viel ähm sind glaube ich insgesamt 50 Abonnenten dazugekommen also knapp anderthalb Jahre oder beziehungsweise knapp über ein Jahr ähm sind 50 Abonnenten dazugekommen und ich hab's am Anfang halt wirklich nicht verstanden aber das Ding ist halt wenn ich halt so jetzt hier durchguck ich hab jetzt nicht unbedingt Spiele gespielt ähm die großartiges Interesse hervorrufen das war halt der Punkt an der Geschichte einfach und deswegen ähm ja deswegen ist es auch Rückführung betrachtet nicht verwunderlich dass sich so wenig getan hat aber trotzdem gerade jetzt gerade halt für jemanden der mit YouTube neu angefangen hat war es halt trotzdem nicht unbedingt geil das zu sehen trotzdem habe ich allerdings wenn ich mir das hier anschaue YouTube gut durchgezogen trotz dieser Phase eben weil es mir einfach trotzdem Spaß gemacht hat und das ist halt immer so der Punkt den man einfach sehen muss meiner Meinung nach selbst wenn es nicht wirklich geil läuft wo ich auch über die letzten ein, zwei Jahre ab und zu mal so Phasen hatte wo ich mir dachte puh okay da zieht sich gerade schon ein bisschen ähm macht es trotzdem mega mega viel Spaß auf jeden Fall das Ding ist halt ich glaube das passiert so ziemlich bei jedem äh Content Creator an irgendeinem Punkt einfach dass du siehst es geht nicht so voran wie du möchtest aber es sprechen glaube ich einfach die wenigsten darüber ähm ich habe jetzt auch noch nicht so aktiv darüber gesprochen bisher aber ich finde einfach das ist ein Video wo man das einfach mal gut ansprechen kann meiner Meinung nach ähm und das Ganze hat sich dann erst geändert als ich dann wie gesagt mit Forza angefangen habe und dann ging es auch also das war ein anderes Level das habe ich bis heute nicht mehr erlebt zumindest was die Abonnentenzahlen angeht das hatten wir bis heute nicht mehr ähm ich hatte dann tatsächlich äh meinen 18. Geburtstag erfolgreich absolviert und habe mir zu meinem 18. dann einen PC gekauft der PC den ich bis heute habe der immer noch neben mir steht und dieser PC war dann auch in der Lage Forza zu bringen ich konnte auf diesem PC Forza spielen und das Ganze auch gut aufnehmen was für mich natürlich ein mega Highlight war weil Forza war für mich halt privaten Spiel was ich hunderte Stunden gespielt habe so viel wie eigentlich kein anderes Spiel ähm damals waren es noch in Anführungszeichen nur hunderte Stunden und nicht tausende das kam erst mit Horizon 4 und deswegen war für mich halt klar okay ich möchte Horizon 3 auch auf dem Kanal bringen im Endeffekt zu dem Zeitpunkt in dem ich Horizon 3 angefangen habe das erste Video ging am 8. Juli 2018 online da war Horizon 4 schon angekündigt seit ein paar Wochen und deswegen war das für mich auch erstmal so ein bisschen eine Vorbereitung ähm da überhaupt reinzukommen wie ich denn ähm Forza auf dem Kanal bringen kann wie das Ganze ankommt überhaupt und die Forza Videos ging auch also die Horizon 3 Videos waren auf jeden Fall dann schon gut definitiv was die Aufrufe angeht oder allgemein auch das Feedback dann da habe ich halt gesehen okay ihr wollt halt nach wie vor Forza von mir sehen das Ganze wurde nochmal manifestiert ähm manifestiert Entschuldigung als ich dann auch die Multiplayer-Folgen das erste Mal auf dem Kanal gebracht habe und alter Spiele sind die Thumbnails schlecht muss ich an der Stelle mal so sagen ähm die Multiplayer-Videos die waren dann halt nochmal auf einem anderen Level gerade Cop vs. Razer oder Wheelspin waren dann halt einfach Formate die so sehr sehr gerne gesehen wurden das Ganze hat sich nicht wirklich auf den Singleplayer übertragen was tatsächlich auch eine Sache ist über die ich dann gerade im Bezug auf Horizon 5 vielleicht später noch reden kann aber ja da habe ich eben wie gesagt gesehen einfach das ist meins Forza ist einfach mein Ding so da da fasse ich Fuß da bin ich da sehe ich mich ich habe meine Bestimmung gefunden kann man sagen und deswegen war dann auch wenn ich jetzt hier das Ganze so sehe Horizon 3 eine lange Zeit auch bis Horizon 4 erschienen ist eigentlich das einzige was ich auf dem Kanal gebracht habe ich habe dann auch die letzten 10 Folgen und das ist nach wie vor eine Idee die ich bis heute nice fand ähm ne die letzten 9 Folgen Entschuldigung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 genau die letzten 9 Folgen in Horizon 3 waren dann Videos in denen ich die äh Covercast der Forza-Teile gefahren bin und auch versucht habe die Cover ähm zu replizieren und das ist mir finde ich auch gut gelungen also das ist eine Idee die ich bis heute eigentlich ganz geil finde muss ich sagen dann kam Horizon 4 und Horizon 4 war halt über Jahre hinweg bis eben vor ein paar Monaten das Hauptprojekt auf meinem Kanal und wenn ich halt einfach bedenke wie wo wir bei wo wir standen als Horizon 4 angefangen hat und wo ich stand als Horizon 4 aufgehört hat das ist surreal das ist unglaublich surreal ähm durch Horizon 3 kamen natürlich wie gesagt einige Leute dazu das war da war ich dann ungefähr bei 500 Abonnenten am Ende von Horizon 3 und Horizon 4 hatte jetzt am Anfang noch nicht den krassesten Hype äh muss man sagen bei mir auf dem Kanal ähm weil ich halt am Anfang sehr viel Singleplayer eben gemacht habe und klar wenn man jetzt zurückgeht eben und sich aus heutiger Sicht eben die Videos anschaut dann siehst du Folge 1 6800 Aufrufe und du sagst das ist kein krasser Hype naja es ist jetzt nicht unbedingt ähm unlogisch dass halt wenn viele Leute bei Horizon 4 dazukommen viele Leute sich auch mal die ersten paar Folgen anschauen das ist halt einfach eine logische Entwicklung ähm damals hatten die tatsächlich gar nicht so viel krass mehr Aufrufe als die Horizon 3 Videos ich kann mich aber halt noch dran erinnern dass ich äh Horizon 4 aufgenommen hatte die erste Folge um wirklich Punkt 0 Uhr Aufnahme gestartet gar nicht wahr ich hab vorher schon die Aufnahme gestartet ähm um 23 Uhr irgendwas und hab dann um Punkt 0 Uhr eben angefangen das ganze zu spielen und ja hatte einfach mega Bock ich hab glaube ich an dem Tag keine Ahnung 10 Folgen oder was aufgenommen es war super es hat mir so viel Spaß einfach gemacht es war ich wusste direkt das ist es das ist der Horizon Titel den ich jahrelang aktiv spielen werde das ist 3 Jahre werden und nicht 2 ähm gut konnte damals keiner wissen aber wie gesagt es hat mir mega viel Spaß gemacht einfach da am Anfang auch einfach die ganze Story durchzuspielen also Story in Anführungszeichen durchzuspielen ähm neue Formate zu entwerfen Formate aus Horizon 3 auch zu importieren ich hab in Horizon 3 beispielsweise angefangen mit Bau dir was das ist das älteste Format im Singleplayer was auf dem Kanal existiert in Forza das hab ich dann halt auch super früh in Horizon 4 rüber importiert hab dann auch ähm ja bei den Multiplayer-Folgen von Anfang an eigentlich aktiv mitgemacht es gab glaube ich insgesamt in Horizon 4 10 Multiplayer-Folgen bei denen ich nicht dabei war und ich bin ja auch in Horizon 4 dann wirklich in die Organisatorrolle äh mit reingekommen und ich muss aber sagen es gibt ein paar Dinge wenn ich jetzt an die Anfänge von Horizon 4 zurückschaue gibt es so ein paar Sachen die mir nicht gefallen wirklich ähm und da ist die größte Sache dass ich das Spiel zu häufig und zu hart kritisiert habe ähm das ist das ist an sich schwierig zu beschreiben weil an sich war Horizon 4 zu Release eigentlich gerade wenn man es im Verhältnis zu Horizon 5 sieht ein super Spiel es war ein Spiel das funktioniert hat es war ein Spiel wo wir von Anfang an eigentlich alles machen konnten und eigentlich war das größte Problem was ich hatte einfach die K-List womit ich halt sehr unzufrieden war und wo ich auch heute noch tatsächlich dazu stehe dass die K-List einfach damals bei Horizon 4 zu Release eben nicht dem Standard entsprochen hat was ich erwartet habe ich hab's nur leider ein bisschen zu häufig angesprochen und das ist ähm ein Problem was sich dann so weit übertragen hat dass ich halt gesehen habe okay es gibt sehr viele Leute welche eben meiner Kritik zustimmen das sich dann unterbewusst so ein bisschen entwickelt hat ich rede einfach über alles was ich kritisieren was ich kritisiere an dem Spiel und ich bin bis heute ein Mensch der Kritik ausübt ich bin bis heute ein Mensch der wenn ihm irgendwas nicht gefällt das Ganze anspricht auf jeden Fall aber es war damals einfach zu viel und es war vor allem sehr viel unnötiges Zeug was ich damals angesprochen habe was ich dann irgendwann eingesehen habe und das Ganze habe ich dann ja auch ähm ja wie gesagt abgeändert und bin jetzt heute auf einem Level wo ich sage wenn ich was kritisieren kann dann mache ich das auf jeden Fall ähm wenn es halt sinnvoll ist es bringt jetzt niemanden etwas wenn ich halt einfach mich hinstelle und über irgendeine politische Entscheidung rede das Ganze kritisier wenn das im Endeffekt euch gar nicht interessiert so und wenn das auch gar nicht zu dem Kontext passt in dem Video das ergibt halt keinen Sinn und das sind aber genau so Sachen die ich damals halt teilweise gemacht habe jetzt nicht unbedingt politische Entscheidungen aber halt andere Themen ähm deswegen klar kann es heute auch mal passieren dass irgendwie eine Folge mal ein bisschen off-topic geht aber im Regel verhalte ich es ja schon sehr stark an dem Thema zumindest dran der 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 Folge eben an dem Thema eben des Fahrzeugs oder sonst irgendwas in die Richtung und in dem Sinne wird es dann halt manchmal ausschweifen dass ich dann halt weniger über das Auto im Spiel rede sondern vielleicht ein bisschen mehr über die Marke beispielsweise vor kurzem als ich den Cadillac CTS-V gefahren bin in Horizon 5 habe ich dann ja über Cadillac allgemein ein bisschen geredet das ergibt dann ja Sinn aber ich habe teilweise damals wirklich Videos aufgenommen um sie zu kritisieren um einen Aspekt zu kritisieren und habe das also nicht um die Folgen zu kritisieren sondern um einen Aspekt an irgendwas zu kritisieren und habe das als ähm als normale Folge rausgebracht im LP und das war falsch das war falsch so und nach jetzt knapp keine Ahnung 40 Minuten Redefluss muss ich auch mal einen Schluck trinken Prost so damals tatsächlich fällt mir gerade auch so auf habe ich ja die Videos noch in also in Horizon 3 haben die Videos noch in 720p und 30fps habe ich die rausgebracht in Horizon 4 habe ich es dann abgeändert auf 1080p 30fps 60fps kamen auch erst etwas später ich glaube ich weiß nicht konkret wann das will ich wahrscheinlich nicht herausfinden aber das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert weil damals halt naja mir die Renderzeit ehrlicherweise einfach zu lang war ähm mittlerweile sind die Schnittprogramme einfach so gut dass halt ein Video was ich jetzt auf 1080p 60fps aufnehme das ist halt einfach relativ schnell gerendert also pro Minute äh Video dauert das Renderen hat auch eine Minute ähm das hat damals tatsächlich dann länger gedauert noch mit meinem alten Schnittprogramm das hat dann ähm puh ich glaube 2 zu 1 war das Verhältnis also ähm zwei Minuten Renderen pro Minute Video aber das war es mir halt einfach wert und das war auch der Punkt an dem ich angefangen hab ähm ja das ganze qualitativ einfach auf ein höheres Level zu bringen weil ich das einfach machen wollte oh ja und dann gab's auch noch eine Phase wo ich versucht hab eine andere Leidenschaft von mir auf dem Kanal zu etablieren was nicht funktioniert hat weil zum einen mein Interesse an dem Spiel weg abgegangen ist und zum anderen weil es halt hier einfach ähm nie wirklich genannt ist und zwar Marvel Contest of Champions ist ein Mobile Game äh was ich bis heute spiele auf jeden Fall aber aber ich wollte quasi ein 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 Spiel etablieren auf dem Kanal damit Forza eben nicht mein einziges Hauptprojekt ist was ein komplett hirnrissiger Gedanke damals war ähm den ich auch den ich auch aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehen kann aber hey dafür entwickelt man sich weiter und dachte mir dann eben okay Marvel Contest of Champions ist ein Spiel da kenne ich mich aus das spiele ich schon lange ähm mal gucken ob ihr daran Interesse habt hattet ihr nicht das sehe ich an den Bewertungen das sehe ich äh an den Aufrufen und deswegen hat das dann auch nach knapp ja ein zwei Monaten glaube ich auch seinen Halt gefunden ähm es war trotzdem interessant das ganze zu machen weil ich auch da tatsächlich dann mal so ein bisschen ja mehr Recherchearbeit auch gemacht habe ich habe beispielsweise ein Format gehabt damals im Marvel Contest of Champions das hieß Champion Wiki wo ich eben einen Champion äh genommen habe also einen Charakter in dem Spiel und den vorgestellt habe und dieser äh dieses Format hat dann eben auch vorausgesetzt dass ich mich mit dem Charakter auseinandergesetzt habe mit Notizen gemacht habe um diesen Charakter eben zu verstehen äh komplett um das ganze auch wiederzugeben und das ist ja im Prinzip eine ähnliche Arbeit nicht ansatzweise vom Aufwand her aber vom Prinzip her eine ähnliche Arbeit wie ich es heute ja mache bei den Singleplayer Videos in Horizon 5 da ist ja auch sehr viel Recherche damit am Start und dann war tatsächlich 2019 also wir sind jetzt chronologisch bei 2019 angekommen 2019 war allgemein ein Jahr in dem ich dann sehr sehr wenig experimentiert habe das war ein Jahr in dem ich im Prinzip wenig neue Projekte angefangen habe sondern eher erstmal mich auf Horizon 4 fokussieren wollte weil es halt mein Hauptprojekt war und das einfach da für mich herausfinden wollte wie mache ich das Format äh wie mache ich das nicht Format sondern wie präsentiere ich euch das Spiel dass ihr da Spaß dran habt dass ich da Spaß dran habe das war am Ende des Tages der Punkt einfach an der Sache weshalb ich wenig gemacht habe ich habe dann trotzdem ab und zu mal was Neues gemacht ich sehe hier Dirt Rally 2.0 habe ich angefangen zu spielen aber nicht wirklich lange ich habe Need for Speed Most Wanted angefangen zu spielen 2000 ähm 2005 was mir dann aber nicht wirklich gefallen hat das Spiel äh muss ich sagen weil ich habe es halt damals nicht gespielt das war ein Spiel was ich da das erste Mal gespielt habe eben und aus heutiger Sicht wenn du es halt da 14 Jahre später ähm das erste Mal spielst ist es halt nicht so geil weil ich halt die Nostalgie einfach nicht habe vielleicht werde ich es irgendwann nochmal bringen nochmal versuchen einfach auf Twitch vielleicht auch könnte ich mir vorstellen ähm aber damals wie gesagt hat mir das eher nicht so gefallen ich habe dann noch den Podcast angefangen an die Speergarten Geschichten ähm oh ja Civilization habe ich probiert aber Civilization habe ich tatsächlich auch sehr schnell gemerkt damals dass das einfach kein Spiel ist welches man in Singleplayer-Form als gecuttetes Video auf dem Kanal bringt dann habe ich Motorsport 7 angefangen da habe ich aber auch sehr schnell das Interesse verloren tatsächlich weil Motorsport 7 damals schon ähm nicht mehr geupdatet wurde wenn mich nicht alles täuscht und dann gab es für mich halt einfach wenig zu machen deswegen da habe ich sehr schnell eben das Interesse daran verloren ah was haben wir noch was haben wir noch genau TTT haben wir gemacht ab und zu mal ich glaube eine Folge oder zwei haben wir wieder gemacht Cooking Simulator habe ich angefangen oh ja 2019 krass ok Cooking Simulator war eine lustige Nummer Cooking Simulator hatte ich gesehen von ein paar anderen Leuten äh von privaten Freunden eben die das Ganze gespielt haben dachte mir sieht ganz lustig aus kann ich auf den Kanal bringen ich habe damals nur den falschen Ansatz gemacht ich habe eben bei Cooking Simulator die Kampagne gespielt und das war ein großer Fehler weil da ist es irgendwann einfach nur noch anstrengend geworden das Spiel so dass ich auch da das Interesse leider verloren habe aber Cooking Simulator ist ja zurückgekommen und es werden auch noch weitere Cooking Simulator Folgen kommen äh kann ich auf jeden Fall ankündigen ich habe da einen aktuell auf der Platte beziehungsweise vielleicht ist die mittlerweile auch schon erschienen könnte es sein aber jetzt mache ich es ja so dass ich in den Sandbox Modus gehe das Spiel einfach nicht so ernst nehme mich nicht so ernst nehme und halt einfach mal irgendwas komplett random mäßiges mache und so macht mir Cooking Simulator dann halt auch Spaß also ja man muss halt einfach auch wissen wie man ein Spiel spielt das muss man halt auch einfach irgendwo bei manchen Spielen rausfinden und 2019 hat dann auch das erste Mal habe ich ein F1 Spiel auf dem Kanal gebracht F1 2019 ich habe F1 schon vorher gespielt tatsächlich auch schon bevor ich mit YouTube angefangen habe mit F1 2016 habe ich angefangen damals mit Controller eben logischerweise 2019 war ich auch noch mit Controller unterwegs und 2018 also in F1 2018 bin ich das erste Mal eine komplette Karriere gefahren mit dem Controller habe ich in der Zeit halt das Spiel sehr gut kennengelernt habe eben herausgefunden wie das Ganze funktioniert wie ich auch zu fahren habe und habe dann eben auch F1 2019 auf dem Kanal gebracht F1 2019 war dann auch das erste Mal dass die Formel 2 im Spiel vertreten war ich habe das Ganze dann tatsächlich nur im Rahmen mit der Karriere gemacht eben von der es gab ja noch keine MyTeam Karriere stimmt gab mir nur mal Driver also ich habe halt eine ganz normale Karriere gemacht so die habe ich dann allerdings aus einem anderen Grund erstmal abgebrochen die erste Saison und zwar weil die Fahrzeug Performance nicht wirklich gut war beziehungsweise es war nicht die realistische Fahrzeug Performance sondern die war halt irgendwie wild zusammengewürfelt und da habe ich halt das Interesse daran verloren dann sodass ich halt im Endeffekt dann die Saison tatsächlich abgebrochen habe was allerdings dann noch zu einer ähnlichen Zeit passiert ist genau das ist sogar noch im gleichen Monat dann das war beides dann im August als ich F1 abgebrochen habe und als ich dann meinen ersten Livestream gemacht habe mhm 21. August 2019 Need for Speed Payback ein kleiner Test Stream habe ich das ganze genannt ich habe mir sehr lange Zeit gelassen was Livestreams angeht denn ich dachte mir einfach also ich hatte zum einen ein bisschen Angst davor wenn ich in einem Video irgendwie eine doofe Aussage tätige naja dann kann ich die halt immer noch rausschneiden am Ende passiert relativ selten aber die Möglichkeit besteht mir halt immer noch oder wenn ich einfach keine Lust habe kann ich halt einfach immer noch abbrechen in meinem Livestream ist das ganze bisschen schwieriger ich kann nichts rausschneiden ähm ich kann auch nicht einfach mittendrin sagen ey Leute ich habe keinen Bock mehr ich mache jetzt aus ähm das ist auch glaube ich bisher noch nie passiert und dementsprechend habe ich mir sehr lange Zeit gelassen mit Livestreams und habe dann auch am Anfang erstmal sehr viel Verschiedenes gestreamt ich habe wie gesagt Need for Speed gemacht Karma King Simulator Rainbow Six ähm F1 habe ich gestreamt äh FIFA tatsächlich auch ein einziges Mal als Test ähm wo ich auch schon mal anteasern kann dass da vielleicht mit dem nächsten FIFA mal was kommen wird ähm was hoffentlich sehr lustig wird aber ja wie gesagt einfach nochmal so als kleinen Teaser für die Zukunft Bull Simulator Civilization Grid Cube World aber was euch auffallen wird ist dass ich sehr lange nicht Forza gestreamt habe Forza habe ich erst Ende November gestreamt 2019 was war der Grund dafür denn wenn Horizon 4 doch mein Hauptprojekt auf dem Kanal war und ich halt auch in dieser Zeit eben bis ähm November wenn ich jetzt hier mal so durchgehe sehr viel Horizon 4 gemacht habe warum habe ich dann Horizon 4 nicht on stream gespielt naja relativ simpler Grund ich hatte damals nur einen Monitor und naja dieser äh das ganze hat eben dafür gesorgt dass ich halt Horizon nicht streamen konnte weil Horizon 4 konnte man per OBS nur über Bildschirmaufnahme streamen und wenn ich halt nur einen Monitor habe und ich muss über Bildschirmaufnahme streamen dann läuft das nicht so richtig weil dann wird man wenn ich den Stream beginne irgendwie andere Fenster sehen dann wird man wenn ich den Stream beende irgendwelche anderen Fenster sehen das muss halt nicht sein das war das war mir einfach zu riskant da wollte ich einfach warten bis ich den zweiten Monitor habe und das war dann eben wie gesagt am 27. November 2019 ich glaube ich habe den Monitor schon ein zwei Tage vorher gehabt ähm aber ja da dann eben das erste Mal Horizon hier dann gestreamt und im November ähm ja kam dann auch noch ein anderes Projekt auf was ich sehr cool fand auf jeden Fall was mich schockiert dass das so lange her ist auch aber Need for Speed Heat im November 2019 ein Spiel welches ich sehr gemocht habe während ich es durchgespielt habe welches ich auch weiterhin noch mögen wollte als ich durch war damit wo ich dann aber gemerkt habe hm ich bin zwei Wochen nach Release auf dem Kanal durch gewesen mit dem Spiel mit der Story und danach gab es wenig zu machen ich habe halt ein paar Fahrzeugtuning Videos gemacht aber die waren mir dann auch irgendwie nicht so ähm damit war ich auch nicht so ganz d'accord weil naja das waren halt im Endeffekt dann Videos die sehr viel Aufwand gebraucht haben um eben das ganze Geld ran zu grinden und wo das Tuning Potenzial halt nicht so interessant ist finde ich wie in Forza weil ich halt doch dann mehr ein Mensch bin der an der Performance von einem Wagen interessiert ist und nicht an der Optik beziehungsweise an Optik nicht so krass und deswegen war halt naja relativ simpel Need for Speed Heat in dem Fall dann leider nichts für mich weshalb ich das dann ja eben nicht mehr so aktiv gespielt habe und dementsprechend wie gesagt 2019 war einfach ein Jahr ähm in dem ich Horizon 4 sehr viel gemacht habe Horizon 4 mir überlegt habe was kann ich machen ähm wie kann ich das ganz gut umsetzen und das Ganze habe ich 2020 dann auch noch mal übernommen diesen Denkansatz und habe noch mal ein bisschen mehr verfeinert deswegen auch in 2020 gab es jetzt nicht wirklich viele neue Projekte in Videoform was es allerdings 2019 noch gab vielleicht eine kleine Sache noch ein Highlight Video damals hieß das Jahresbestof noch Jahreshighlight Video das habe ich 2019 das erste Mal gemacht ich bin aus heutiger Sicht überhaupt nicht zufrieden mit dem Ding ähm damals war ich aber mega mega stolz drauf und ähm ja oh stimmt 2020 gab es Monatsbestofs da hat der gute Multi den ich vorher schon mal erwähnt hatte ähm langjähriger Freund von mir wollte Monatsbestofs machen vor meinem Kanal wo ich dann halt gesagt habe okay mach und die sind dann halt auch auf meinem Kanal erschienen die kamen sehr gut an Multi hatte dann halt wenig Zeit irgendwann mehr dafür und auch das Interesse war nicht mehr so krass da ähm von seiner Seite aus deswegen gab es halt keine mehr ich habe ihn da nie dazu gedrängt oder so ich habe halt gesagt wenn du machen willst cool wenn ich dann nicht ähm aber die waren auf jeden Fall sehr sehr cool auf jeden Fall wo auch teilweise noch ein Jahr später gefragt wurde wann kommt das nächste Monatsbestof aber ja wie gesagt es steht Multi offen ähm der darf da sehr gerne Bestofs machen wenn er das Ganze denn möchte oh ja Januar 2020 gab es dann auch Lego City Undercover da hatte ich ein bisschen Angst davor das auf den Kanal zu bringen weil es war ein Spiel was ich einfach spielen wollte wo ich dann mir auch dachte das passt irgendwie überhaupt nicht zum Kanal eigentlich weil es ist halt kein Rennspiel ich habe vorher nie wirklich ein Lego Spiel gespielt und ich bin dann einfach auch natürlich klar ähm darauf aufmerksam geworden dass Lego äh dass alles was nicht Racing Game ist auf dem Kanal grundlegend nicht wirklich landet das war halt zumindest meine Auffassung die ich vor Force hatte und die sich während Force halt auch noch gefestigt hat aber Lego City Undercover war so ein geiles Spiel einfach nur das war so ein lustiges Projekt und das Schöne war wirklich dass ihr da auch wirklich Bock drauf hattet eines der wenigen Nicht-Racing Games was wirklich gut auf dem Kanal ankam und wo ich mich sehr drüber freue wie gesagt es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch gezeigt dass auch Nicht-Racing Games bei euch gut ankommen können was ich dann auch 2021 und 2022 ähm beziehungsweise 2021 nochmal mehr gemerkt habe und 2022 auch nochmal ein bisschen mehr in die Richtung machen möchte auch auf jeden Fall aber das war im Endeffekt der Anstoß der mir gezeigt hat okay ich kann sowas auch machen und das kommt gut bei euch an und im Endeffekt es ist kein Geheimnis dass wenn ich jetzt irgendwie ein Video aufnehmen kann auf das ich Bock habe was äh viele Aufrufe bringt und ein Video auf das ich auch Bock habe was weniger Aufrufe bringt dann naja werde ich halt auch dann im Sinne der Zuschauer das Video aufnehmen was halt mehr Aufrufe bringt weil dann halt auch mehr von euch Bock auf das Video haben wenn es mir sowieso gleich ist welches der beiden Videos ich aufnehme ähm das sollte man halt immer so bedenken einfach das heißt nicht dass ich drauf gucke was macht mehr Views sondern mein der erste Indikator ist immer auf was habe ich Bock und wenn ich dann halt wie gesagt die Möglichkeit habe was aufzunehmen was viel Aufrufe hat und was was weniger Aufrufe hat dann werde ich halt das Aufnehmen was mehr Aufrufe hat wie gesagt ich habe es gerade erklärt ähm weil euch das halt auch einfach mehr bringt am Ende genau dann war das eigentlich auch schon so ziemlich das ja das experimentierfreudigste was ich 2020 gemacht habe glaube ich ansonsten war es halt wie gesagt 2020 bestand aus F1 Horizon 4 und halt anfangs noch aus Lego City Undercover wenn ich hier so durchgehe dann sehe ich da tatsächlich jetzt nichts wirklich anderes weil ich halt 2020 einfach wie gesagt das festigen wollte was mir was mir was mir Spaß macht wo ich halt einfach gucken wollte wie kann ich das am besten umsetzen ah doch Ende des Jahres gab es ja noch ein, zwei andere Sachen okay Project Cast 3 das war 2020 krass okay Project Cast 3 hat mir sehr viel Spaß gemacht glauben mir manche Leute bis heute nicht aber Project Cast 3 war ein Spiel was mir sehr gefallen hat auf jeden Fall ähm wo ich dann auch ein paar Videos so gemacht habe was ich tatsächlich dann nur abgebrochen habe weil ich einfach auf die Diskussionen mit den Leuten keine Lust hatte weil Project Cast 3 halt ein Spiel war wo viele gesagt haben ne das ist voll scheiße und das ne geht alles nicht und überhaupt nicht und so erst dreimal nicht und ich hatte da dann auch das erste Mal eine wirklich detaillierte Review gemacht zu dem Spiel ähm die ich auch wirklich aus heutiger Sicht immer noch gut finde muss ich sagen ähm aber die normalen Videos da hatte ich einfach irgendwann echt keine Lust mehr drauf ähm muss ich echt ein paar Kommentare löschen weil ich mir dachte Leute das hat mit Kritik nichts zu tun sondern blinder Hate und ja deswegen ähm hat das Spiel irgendwann nicht mehr stattgefunden und was dann auch noch 2020 war ähm sozusagen ja wenn man so möchte das dritte Projekt was kein Racing Game war ähm ne das zweite Projekt was kein Racing Game war Among Us ein Spiel welches ich sehr aktiv gespielt habe ein Spiel welches ich sehr liebe bis heute und welches ich ja mittlerweile auch auch wieder wöchentlich Spiele auf Twitch und das war aus mehreren Gründen echt ne krasse Nummer denn zum einen hat mir Among Us wie gesagt es hat mir einfach super gefallen und zum anderen gab es dann halt 2020 in Among Us noch so ein paar ähm Special Folgen die mir die mir immer in Gedächtnis bleiben werden nämlich mit Pete Smith mit Dalu Card mit Kalle ähm etc wobei ich glaube Kalle war nicht dabei ich glaube Kalle habe ich dann für die paar Folgen eben ersetzt gehabt es waren nur drei Stück am Ende des Tages aber das waren drei coole Folgen einfach halt auch wirklich mal mit den Leuten zu spielen ähm auch mal alleine mit äh Dalu beispielsweise mal was zusammen zu machen mit den Pete war ja schon äh das ein oder andere Mal in einem Projekt dabei darauf gehe ich gleich ein ich komme natürlich gleich zu den ganzen Livestreams 2020 ähm aber halt auch gerade wie gesagt Dalu äh Maxi McFly und so mit denen habe ich halt noch nie was vorher zusammen gemacht und das halt dann auch noch in so einer Form zu machen war mega cool es war ultra spontan ich Ray hatte mich angeschrieben auf Whatsapp ey hast du Bock auf Among Us ich habe gesagt ja klar gern und ähm ja dann war ich da halt am Ende eben dabei und wie gesagt das war mega cool ich freue mich auch sehr dass Among Us immer noch stattfindet dass Among Us beziehungsweise wieder stattfindet besser gesagt das war eine lange Pause aber es macht mir wie gesagt sehr Spaß findet aktuell jeden Mittwoch auf Twitch statt ähm wahnsinnig cool auf jeden Fall wahnsinnig wahnsinnig cool dass ich da dann auch mitmachen durfte und dann kommen wir dann auch zu den Livestreams die 2020 stattgefunden haben erstmal gab es dann natürlich dann sowas wie die ähm Horizon 4 Livestreams sowas wie die Festival Playlist eben oder ab und zu auch einfach mal ein paar andere Streams Eliminator als Beispiel und da wird mir aber auch lange 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 der Horizon 4 Oster Livestream 2000 waren sie hier in Erinnerung bleiben ich habe ja damals noch auf YouTube gestreamt ähm zu der Zeit glaube ich sogar noch ausschließlich auf YouTube Twitch habe ich dann im Mai angefangen 30. Mai 2020 dürfte das gewesen sein aber der Oster Livestream ich weiß nicht was da war wir haben im Prinzip nichts besonderes gemacht wir sind ein paar Autos gefahren ich habe ein bisschen Eliminator gespielt ähm das war im Prinzip für mich ein recht normaler Stream eigentlich was ich ja heute auch teilweise nochmal mach aber das war verrückt einfach nur das war bis heute der einzige Livestream und es wird wahrscheinlich auch wenn ich mich nicht umentscheiden sollte bezüglich Twitch ähm wird das der einzige Livestream sein welcher 500 Daumen nach oben hatte live währenddessen und ich weiß nicht warum ich verstehe es nicht es waren auch die ganze Zeit wenn ich hier durch die Analytics durchgehe so zwischen 170 und 200 Leuten da mit einem Maximum von 241 was halt nach heutigem Standard immer noch krass wäre egal ob YouTube oder Twitch wäre das immer noch eine krasse Nummer ich hab's nicht verstanden es war tatsächlich ein Livestream bei dem ich dann ähm als dann im Endeffekt im Endeffekt wirklich ihr so verrückt wart und die 500 Daumen nach oben voll gemacht habt ich war kurz vor den Tränen ich sag's wie es ist aber das war wie gesagt ähm ich versteh's bis heute nicht keine Ahnung ich blick's nicht aber es war sehr sehr cool auf jeden Fall es war eine unfassbar geile Stimmung in dem Stream ähm freut mich auf jeden Fall sehr dass das damals stattgefunden hat und trotzdem war das nicht mein Highlight am Stream im April das war natürlich der GPO GPO 5 Grand Prix Online maximale Nervosität nannte sich dieser Livestream und ähm ja der Name war auf jeden Fall auch Programm ähm ich hatte die GPOs sehr aktiv verfolgt ich fand das mega cool die ganzen GPOs eben ich fand das Event cool ich fand die Leute cool und ich hatte halt zu GPO 4 ähm Ray gefragt ob er nicht vielleicht mal anfragen könnte für mich eben ähm ob wenn noch einer benötigt wird äh ich denn eventuell da teilnehmen könnte weil ich wusste halt auch nicht wen ich anschreiben soll ähm weil naja Pizmeet anschreiben war halt schwierig für mich einfach das ging halt einfach nicht und deswegen hatte ich halt Ray gefragt ey kannst du da fragen und Ray hatte dann halt Mikkel angeschrieben und bei GPO 4 hat es dann nicht äh funktioniert aber bei GPO 5 eben schon und ich weiß noch als ich von Ray dann eben die Einladung auf den Discord bekommen habe alter hatte ich einen Puls alter Schwede als dann halt wirklich auch klar war ich werde da teilnehmen ich werde an einem Formel 1 Event teilnehmen erstmal war das mein erstes Formel 1 Event an dem ich je teilgenommen habe mit Pizmeet mit Dave mit Ray mit ähm Marcel Kiefer das war so verrückt einfach mit Felix von der Laden auch beispielsweise das war so eine verrückte Nummer einfach nur ähm ja ich war nie wirklich nervöser als bei GPO 5 ich war nie nervöser niemals in meinem gesamten Leben kein Scheiß da war mein Mathe Abitur war ein Scheiß dagegen und das war schon echt da hatte ich einen Puls der war locker bei 40 aber nein also jeden Sarkasmus beiseite GPO 5 wird mir ewig in Erinnerung bleiben ich hab halt auch in GPO 5 eine gute Performance abgeliefert und gerade dadurch dass mein erstes Formel 1 war gerade dadurch dass ich in GPO äh ähm in Formel 1 sehr lange kein Multiplayer mehr gefahren bin vorher wusste ich halt auch nicht wo stehe ich eigentlich wo ist mein Skill ich dachte halt so ja ich bin vielleicht ganz gut dabei aber ich habe den GPO im habe glaube ich Ray in allen drei Rennen ähm bin ich vor Ray durch Ziel gekommen wenn mich nicht alles täuscht gut ähm beim letzten Rennen hatte Ray halt ein Disconnect das war doof äh sonst wäre er da vor mir gewesen aber auch allgemein ich war beim ersten beim allerersten Qualifying im GPO war ich zweiter hinter Marcel Kiefer und ich dachte mir so what the fuck wie kann das sein da fährt ein Dave mit da fährt ein Ray mit und dann komme ich als Nobody da an und bin halt auf einmal einfach auch sogar gut und keiner weiß warum es hat im Endeffekt dann nicht für ein Podium gereicht ich war in Frankreich dann vierter das war das nächste was ich dran war aber klar da war dann auch meine Motivation auf einem anderen Level dann hat auch der erste Comedy GP stattgefunden an dem ich teilgenommen habe also es gab vorher schon ein paar aber da habe ich das erstmal noch teilgenommen und da habe ich dann den Titel geholt direkt was mega cool war für mich auch GPO6 hat der halt damals echt nicht gut war der war das zweitschwächste auto es war es war verrückt dann natürlich GPO7 wo ich das erste mal mit Dave zusammen gefahren bin bzw. Dave überhaupt kennengelernt habe so Dave kannte ich vorher zwar schon aber wir haben nie wirklich was miteinander zu tun gehabt das war halt mega nice dann mit dem GPO eben mit GPO7 da auch mal mit Ray in Kontakt zu F1 2020 war dann ein Spiel wo ich das erste mal einen Pressekey bekommen habe da dann auch direkt einen GPO stattgefunden GPO8 bei dem ich dann mit Jay zusammen gefahren bin was auch nochmal eine andere Nummer für mich war auf jeden Fall dann halt auch wirklich mit ihm selber zusammen zu fahren dann gab es den Civilization Stream mit den Pizzen an dem ich teilgenommen habe beziehungsweise zwei sogar 2020 den Playground Modus vorstellen Monate glaube ich bevor das Spiel rausgekommen ist es war so ein verrücktes Jahr und ich kann wirklich nur sagen 2020 bin ich unglaublich froh darüber dass das Jahr so stattgefunden hat auf YouTube eben aus der Sicht ähm dass da eben die GPOs passiert sind dass ich da teilnehmen durfte ähm dann eben die Civilization Events auch noch die Among Us Streams mit Mike unter anderem dann auch äh natürlich weiterhin die ganzen Forza Streams aber allgemein eben die Multiplayer Sachen sind halt das was 2020 für mich sehr besonders gemacht hat dass ich da eben viele Leute kennengelernt habe vorher war ich halt so ich kannte die Pixelhelden und mit denen habe ich Projekte gemacht viel mehr hatte ich halt nicht mit viel mehr Leuten hatte ich keinen Kontakt und die GPOs haben mir das ganze dann eigentlich wirklich erstmal so ein bisschen geöffnet quasi dass es halt noch sehr viele andere coole Leute gibt mit denen man Projekte zusammen machen kann was ich dann auch ja gemacht habe einfach wo auch noch vieles passieren wird kann ich sagen wir haben jetzt beispielsweise Blindlab mit Lena beispielsweise Blindlab wäre nie passiert im Endeffekt ohne die GPOs durch die GPOs habe ich Mike kennengelernt durch Mike habe ich Lena kennengelernt und ja dementsprechend wären ohne diese GPOs einfach diese Formate wahrscheinlich oder dieses Format einfach nie passiert und ist auf jeden Fall cool dass das Ganze dann so stattgefunden hat 2020 war für mich ein unfassbar krasses Jahr aus YouTube technischer Sicht beziehungsweise aus Content Creator Sicht ist eigentlich der Begriff den ich mehr verwenden möchte denn 2020 hat ja auch Twitch angefangen ich habe es angesprochen 30 Mai 2020 habe ich meinen ersten Twitch Livestream gemacht und das Ganze tatsächlich aus einem Grund weil ich mir die Plattform einfach mal anschauen wollte weil ich einfach mal gucken wollte es gibt so viele Leute die sagen Twitch ist eine gute Plattform für Streaming ich war damals nicht mal wirklich aus Zuschauersicht aktiv auf der Plattform warum gucke ich mir es nicht einfach mal an warum schaue ich nicht einfach mal was da dran ist und dann bin ich aber halt in ein Problem reingelaufen wo ich halt ein System brauchte ich bin ein Mensch ich brauche ein System ich kann nicht einfach sagen ich mache das jetzt einfach so und ich mache das jetzt einfach so weil ist halt so so bin ich einfach nicht drauf und deswegen dachte ich mir halt okay komm ich mache auf Twitch einfach mal Livestreams auf Englisch passt ja irgendwie ne ich studiere ja auch Lehramt auf Englisch unter anderem und ja das ganze habe ich dann tatsächlich auch erfolgreich einen Stream durchgezogen bis ich dann irgendwie doch gesehen habe hm ist zwar schon cool ist aber irgendwie nicht so ganz meins und habe dann den Entschluss gefasst dass spontanere Streams auf Twitch stattfinden und äh geplante Streams eben auf YouTube und durch Twitch habe ich dann ja auch sehr sehr viele ähm tolle neue Menschen kennengelernt Steffi beispielsweise also wie Norella äh Mareike Arne Joebreaker Joebreaker äh Nina Jufle Kaline habe ich ja durch Twitch alle kennengelernt was halt mega nice ist oder auch Han beispielsweise mit dem ich sehr häufig dann Among Us gespielt habe ähm alles durch Twitch passiert deswegen das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung damit anzufangen aus heutiger Sicht natürlich nochmal mehr ähm aber dazu kommen wir ja dann auch noch äh demnächst kann man sagen jetzt nehmen wir erstmal ja ich glaube auf Twitch gab es 2020 jetzt nicht so krass viel zu sagen außer halt ich habe halt da einfach versucht ein paar Projekte zu machen ein paar Streams ab und zu zu machen aber die hauptsächlichen Livestreams haben halt immer noch auf YouTube stattgefunden ähm Twitch ist ja dann erst 2021 ein bisschen mehr bei mir persönlich ein Thema geworden und das jetzt auch erst eben Ende 2021 Anfang 2022 2021 wollte ich dann mehr experimentieren wie gesagt 2020 war dafür verantwortlich nochmal mehr komfortabler damit zu werden was ich mache und 2021 wollte ich dann einfach auch mehr einfach mal machen einfach mal die Sachen wo ich Bock drauf habe einfach mal machen und gucken ob das funktioniert ob das äh bei euch ankommt oder nicht ob ich da Bock drauf habe oder nicht ähm und das hat dann zu einigen interessanten Videos geführt ich habe beispielsweise die Carpons die ich 2020 gemacht habe ähm in Horizon 4 eben zu den anderen Motorportfahrzeugen habe ich einfach mal zusammengeschnitten und als ein Video hochgeladen und das kam beispielsweise sehr gut an das habe ich ja dann 2021 auch wieder gemacht dann haben wir 2021 ähm habe ich Hitman angefangen die Hitman Reihe durchzuspielen was auch Video City Undercover überraschend gut ankam es ist halt auch was grundlegend anderes aber es ist halt ein Spiel was ja auf Taktik basiert und das ist im Endeffekt doch einfach was was ich jetzt einfach so herausfiltere was ihr auch von mir gerne sehen wollt ähm das sehe ich beispielsweise auch in Forza oder in F1 ähm dass ihr das ganz cool findet wenn ich da ein bisschen taktiere in CVR oder halt eben bei der Strategie in Formel 1 und ja bei Hitman habe ich das eben auch sehr sehr krass gesehen bei Civilization sehe ich das ab und zu auch mal ähm deswegen eigentlich hätte es mich nicht verwundern dürfen ähm aber es war für mich doch eine Überraschung dass es im Endeffekt so gut angekommen ist wie es angekommen ist dann Raft habe ich angefangen mit Karo und Skykartoffel zusammen zu spielen da sind ja auch dann die VODs hier auf YouTube hochgeladen worden wir warten sehnsüchtig auf den nächsten Patch damit wir da auch mal weitermachen können Kars habe ich angefangen auf dem Kanal durchzuspielen wie gesagt ich habe es vorhin angesprochen das Rennspiel meiner Kindheit habe ich dann hier auf dem Kanal gemacht und das ist so unglaublich gut auch bei euch angekommen ihr hattet da so viel Bock auf dieses Spiel was mir nur noch mehr Motivation gegeben hat das Spiel zu machen und dann im Endeffekt auch den Nachfolger Mater National ebenfalls auf dem Kanal durchzuspielen das war sehr sehr cool ich habe eine Review gemacht zum Hot Wheels Car Pack sehr detailliert Gartic Phone hat angefangen und wir sind erst im Februar wir sind erst im Februar und das ist schon so unglaublich viel was wir hier bisher haben das waren dann natürlich Projekte die erstmal ihre Zeit gebraucht haben sag ich einfach mal bis die dann durch waren also Hitman ging ein bisschen länger deswegen hat das halt dann ein bisschen gedauert bis da dann halt was anderes kam dafür kam dann nach Cars beispielsweise Driver San Francisco auch ein Spiel meiner Kindheit was ihr dann auch sehr gefeiert habt ich habe Dead by Daylight hier auf dem Kanal auch das erste Mal gebracht was im Endeffekt dann allerdings nicht so dramatisch gut ankam das habe ich dann doch wieder auf Twitch rüber verlagert was haben wir 2021 noch alles so schön ist ähm 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 oh ja oh ja Super Mario Odyssey hm bin ich ehrlich ist das zweite äh Projekt was unter anderem oder zu einem großen Teil wegen dem mangelnden Interesse abgebrochen wurde Mario Odyssey ist halt so überhaupt nicht gelandet äh nicht Odyssey äh Sunshine meine ich Sunshine nicht Odyssey Sunshine wollte ich auf dem Kanal durchspielen aber das ist überhaupt nicht bei euch angekommen das hat auch im Endeffekt habe ich gemerkt sich auf den Algorithmus sehr stark ausgewirkt also auch die ähm Horizon Videos sind unfassbar in den Keller gegangen was die Aufrufe angeht ähm nach Mario Sunshine sodass ich das Projekt halt im Endeffekt dann abgebrochen habe weil es auch für mich irgendwie mehr Frust war wie das Spiel aufgebaut ist muss ich ehrlicherweise sagen ähm die Folgen waren dann teilweise halt ein Level wo ich einfach nur frustriert war von Anfang bis Ende war ich jetzt nicht so unbedingt das nice deswegen Sunshine ähm wie gesagt habe ich ein paar Folgen gemacht habe es im Endeffekt abgebrochen einfach weil es mich im Endeffekt nicht so unfassbar gecatcht hat dann wie man das vielleicht vermutet hätte ähm ich habe dann Pokémon gemacht auf Twitch Pokémon Schwert das erste Mal seit äh Pokémon Worldwide eben dass ich dann ein Pokémon Spiel ähm gemacht habe ähm und das kam aber sehr gut an wo ich halt gemerkt habe okay das Interesse ist da ich bin es damals nur falsch angegangen ähm und ja das hat dazu geführt dass ich halt jetzt die letzten beiden Pokémon Spiele Legends Arceus und Brilliant Diamond eben beide zu Release im Stream gespielt habe und ja ich fand das ich finde das waren coole Streams auf jeden Fall war sehr entspannt definitiv und dann habe ich Infovideos gemacht 2021 noch zu Horizon 5 die vom Schnitt her von der Recherche her somit die aufwendigsten Videos waren die auf dem Kanal existieren würde ich sagen was halt noch mal ein bisschen schwieriger wurde weil ich die Videos im Regelfall sehr spät am Abend aufgenommen habe um die eben recht bald raus zu holen bei den Infovideos war es halt so ich wollte die Videos halt ähm so früh wie möglich draußen haben und das Ganze dann halt eben mit dem Qualitätsstandard den ich einfach an mich habe wo ich dann ja auch beispielsweise mit Ray bei den Infovideos extrem viel zusammengearbeitet habe hat halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen ich saß da wirklich teilweise um 1-2 Uhr und hab noch auf den Upload gewartet aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich sehe mich auch auf jeden Fall mehr Infovideos zu machen zu Themen die halt interessant sind ähm wie beispielsweise wenn die Expansion angekündigt wird zu Horizon 5 eventuell kann man dazu vielleicht mal ein Infovideos machen ähm fände ich sehr cool auf jeden Fall wenn ich das dann mal ja wenn ich das dann vielleicht auch mal noch ein paar mal machen könnte und damit nicht bis Horizon 6 warte genau auf 21-20 hat dann angefangen äh 20-21 hat dann angefangen natürlich auch im Jahr 2021 und ja dann natürlich Horizon 5 irgendwann beziehungsweise ah ne da sind immer noch Infovideos die ich hab ok stimmt was nämlich zuerst mal kam war Folge 500 von Horizon 4 und das ist einfach das ist krank gewesen das ist einfach nur krank gewesen 500 Folgen Horizon 4 ich hab's gerade angesprochen auf dem Kanal existieren 2077 Videos ein Viertel ein Viertel davon ist Horizon 4 reiner Singleplayer da ist Challenge äh nicht Challenge da ist Side by Side nicht dabei da sind die Multiplayer vorher nicht dabei ein Viertel aller Videos auf dem Kanal ist nur das Singleplayer LP und wenn du dann halt erstmal den Titel schreibst und da 500 hinschreibst dann fällt dir erstmal auf was für ein krasser Meilenstein das einfach ist und ich mein ja ähm durch die Ankündigung von Horizon 5 sind die Horizon 4 Videos was die Aufrufe angeht sehr in den Keller gegangen auf jeden Fall ich hatte aber nach wie vor einfach die volle Motivation dafür ähm und war dementsprechend halt auch bei Folge 500 immer noch zu 100 oder zu 500 Prozent äh mit dabei und fand's einfach wie gesagt mega mega cool da haben wir ja auch mit Stewie dann zusammengearbeitet bei der Folge er hat das Design zu dem Auto gemacht ich eben dann das Tuning aber das war meiner Meinung nach nicht der Hauptaspekt von dem Video sondern einfach mal einfach über diese krasse Geschichte zurückzublicken von dem Horizon 4 LP eben auch mit dem Ansatz wo ich angefangen hatte und wo ich dann stand eben ähm das war das war verrückt das war wirklich verrückt einfach nur und im Endeffekt waren's dann ja 550 Singleplayer Videos am Ende das war krass einfach nur das war wirklich krass weiter ging's dann ich hab Cookney Simulator zurückgebracht 2021 auch noch vor Horizon 5 ähm wo ich dann eben wie gesagt den vorhin angesprochenen Ansatz gebracht habe womit mir das Spiel auch wie gesagt einfach wieder Spaß macht ich hab ne Review gemacht zu Hotways Unleashed ähm welche absolut gesehen die meisten Dislikes hat er auf meinem Kanal 45 sind's aktuell wo ich aber ehrlich sagen muss gut die Kritikpunkte die ich angesprochen hab bei der Review denen stimme ich immer noch zu denen stimmen auch sehr viele andere zu wenn ich mir angucke wie unfassbar aktiv das Spiel heute noch gespielt wird bin ich auch immer noch der Meinung ich hatte Recht mit meinen Aussagen deswegen ja hab ich da jetzt nicht so viel drauf gegeben Blind Lab hat eben auch noch angefangen ein wie gesagt super super lustiges Format ähm wo auch äh die nächste Folge ja bereits wieder erschienen ist letzten Mittwoch wir haben ja jetzt ne kurze Pause gemacht oder ne längere Pause gemacht aber da ist ja jetzt die nächste Folge wie gesagt wieder erschienen tatsächlich und ja das waren dann im Endeffekt meine Projekte mit F2121 eben und Horizon 4 und Cooking Simulator waren das im Endeffekt meine Projekte bis Horizon 5 und ich werde jetzt hier nicht zu sehr in die Materie gehen weil ich habe im Endeffekt im Jahresrückblick 2021 der jetzt auch noch nicht so alt ist schon sehr viel über Horizon 5 geredet ähm trotzdem ist es für mich nach wie vor einfach es ist einfach verrückt dass ich von Horizon 5 nicht nur dass ich einen Pressekey bekommen habe das ganze früher spielen und veröffentlichen durfte sondern man muss ja sagen dass das Spiel überhaupt erschienen ist ich habe ja nicht mal damit gerechnet dass das Spiel erscheint das war ein Spiel wo ich wo man mich Anfang des Jahres ab und zu mal gefragt hat Anfang 2021 mal gefragt hat hey wird dieses Jahr Horizon 5 erscheinen und ich habe gesagt nein wird es nicht weil ich halt der Meinung war vorher wird halt Forza Mordor Bot erscheinen und Horizon 5 wird sich von Horizon 4 nicht so dramatisch unterscheiden weil es auf der gleichen Engine laufen würde ähm im Endeffekt hatte ich Unrecht und ich bin sehr froh dass ich nicht recht hatte weil ich mag Horizon 5 sehr es ist ein Spiel was mir wie gesagt sehr gefallen hat es ist ein Spiel ähm was allerdings auch sehr viele Schwierigkeiten hatte und immer noch hat ähm im Endeffekt wissen wir ja alle dass wir Horizon 5 Multiplayer ähm sehr lange nicht gemacht haben die erste Folge vom Singleplayer erschien ja Anfang äh November 4. November war das 2021 und wir haben uns dann ja einen Monat später dazu entschieden die Multiplayer Special Series zu machen wo wir dann eben Multiplayer Folgen in Horizon 2 in Horizon 3 und in Horizon 4 gemacht haben was wir auch teilweise heute noch machen ähm weil Multiplayer in Horizon 4 halt in Horizon 5 halt einfach nicht ging wir konnten halt nichts wirklich umsetzen an Formaten und das hat mich halt sehr gestört auf jeden Fall das hat mich sehr gestört dass wir das nicht machen konnten weil ich hatte Motivation ich glaube auch wer die letzte Multiplayer Folge gesehen hat in Horizon 4 ähm der wird gemerkt haben wie unfassbar viel Bock ich auf das Spiel einfach hatte ähm wie schwer es mir gefallen ist von Horizon 4 loszulassen und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen wie schwer es mir gefallen ist in Horizon 5 eben nicht direkt loslegen zu können das Ganze hat dann am 18. äh 12. stattgefunden nach einem Patch nach dem Serie 2 Patch soweit ich weiß Serie 2 und Serie 3 wurden die Kolonnen dann weitgehend behoben ähm dass wir zumindest einige Formate machen konnten wir konnten ähm oder wir können einen Wheelspin machen wir können Lost In machen die Duelle und die Minigames sind möglich wir können aber halt kein CVR machen und das ist echt eine Sache die mich wahnsinnig stört warum mich das stört ähm dazu kommen wir gleich vorher möchte ich noch eine Sache ansprechen die auch noch Ende 2021 war wo ich jetzt auch nicht so viel darauf eingehen werde weil wie gesagt auch das ist schon ähm lange besprochen worden im Rückblickvideo 2021 Overtake die Overtake GG Challenge äh die Dream Team Series eben wo ich ja mit äh Ray J Jimmy Broadband Maxim und vielen vielen mehr zusammengefahren bin und ja da sogar auch in China eine gute Leistung abgegeben hab über Portimao reden wir nicht aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht ich hab Tuning Guides angefangen ich hab die Tuning Guides gemacht stimmt ich hab Guides gemacht mal in Horizon 5 und da wird es noch ein paar mehr geben also nicht Tuning Guides aber es wird noch ein paar Guides geben stimmt das kann man auch noch ansprechen dass da ein paar passiert sind was mir auch sehr viel Spaß gemacht zu produzieren kann man an der Stelle auch einfach mal an der Stelle zwischenwerfen und natürlich klar das Highlight Video 2021 ist ein Video mit dem ich sehr zufrieden bin mit dem ich Anfang Februar Stand jetzt eben immer noch zufrieden bin was schon mal ein Vortritt ist zu 2020 mit dem ich hoffentlich noch lange lange Zeit zufrieden sein werde aber ja ich würde sagen auf die CVR Sache gehe ich gleich ein vorher reden wir nochmal kurz darüber was 2022 bisher passiert ist wenn es auch noch nicht viel ist Automobilista 2 habe ich zwei Videos gemacht die mir sehr viel Spaß gemacht haben wo ich das Spiel halt mal ein bisschen anders gespielt habe als die Entwickler das vorausgesehen haben weil naja so spiele ich spiele wenn wir das mal so nüchtern betrachten hat mir sehr viel Spaß gemacht wird es auch noch ein zwei Videos auf jeden Fall geben wie gesagt ich werde halt nicht hardcore reingehen weil dafür ist das Spiel für mich persönlich nicht gemacht für viele andere schon für mich wie gesagt eben nicht Folge 100 in Horizon 4 in Horizon 5 ist bereits passiert Ende Januar was halt auch krass ist nach gerade mal dreieinhalb Monaten knapp direkt 100 Folgen zu haben in Horizon 5 ist verrückt einfach ist wirklich verrückt das kann man auf jeden Fall so sagen und ja dann natürlich noch eine krasse Entscheidung auf die ich jetzt auch mal kurz eingehen kann ich habe ja angefangen ausschließlich auf Twitch zu streamen 2022 wollte ich das ganze mal durchziehen das habe ich jetzt im Januar auch komplett durchgezogen und ich habe mir die Statistik mal angeguckt vom Januar und bin ehrlich top zufrieden damit also wenn ich darüber mal auch vielleicht kurz reden kann erstmal muss ich sagen die Streams auf Twitch machen mir ehrlich gesagt einfach viel mehr Spaß als auf YouTube klar ist gucken weniger Leute zu auf jeden Fall gerade bei Forza merke ich das bei einem Festival Playlist Livestream wo es halt auf YouTube meinetwegen 100 Zuschauer eigentlich im Regelfall immer im Schnitt waren sind es halt auf Twitch dann nur noch 50 oder 60 ist aber halt klar wenn ich das halt jetzt gerade erst anfangen aber trotzdem sind die Festival Playlist Livestreams immer sehr cool ich kann auf Twitch auch sehr bequem einfach mehrere Spiele in einen Stream Packen kann das Ganze im Zweifel auch spontan machen ich hatte vor kurzem einen Stream gemacht da habe ich die Pokémon Challenge eben angefangen einen Challenge Run habe danach Among Us gespielt das war noch soweit geplant und dann wurde halt spontan gefragt ey haben noch ein paar Bock auf Valorant und dann habe ich noch zwei drei Runden mit Sky gespielt das geht auf YouTube nicht so einfach das kannst du nicht machen und das ist einfach so cool die Leute untereinander sind deutlich cooler es ist wirklich finde ich einfach deutlich mehr ein Miteinander zwischen den Streamern als es das auf YouTube ist auf YouTube macht jeder sein eigenes Ding wenn man so möchte das ist auf Twitch einfach nicht der Fall und deswegen ist das alleine für meine Persönlichkeit für meine Moral auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen und ich bin auch ehrlich auch wenn ich mir die Statistik anschaue war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung definitiv ich bin mit der Statistik aus dem Januar sehr zufrieden klar es sind jetzt im Januar 310 Follower dazu gekommen sehr viele halt nach der Ankündigung nachdem ich das Ganze bekannt gegeben habe da sind jetzt die letzten Wochen ein paar weniger gewesen als am Anfang logischerweise trotzdem wie gesagt ist das eine sehr krasse Zeit die ich auf jeden Fall erwähnen möchte und ich habe es auf Twitter auch schon gepostet im Januar hatte ich im Schnitt über alle Streams hinweg 41 Zuschauer was jetzt nach wenig klingt wenn man halt eben bedenkt was ich auf YouTube teilweise hatte aber es ist meiner Meinung nach sehr sehr viel weil wenn ich halt bedenke dass die wenigsten Livestreams die ich gemacht habe auf Twitch ausschließlich Racing Games waren dann ist das eine krasse Nummer sieben der Livestreams von den 19 die ich gemacht habe waren F1 2021 oder Horizon 5 bei fünf weiteren war F1 oder Horizon 5 halt ein Teil davon da habe ich dann aber noch was anderes gespielt Among Us oder so und bei den sieben anderen Livestreams war halt nichts an Racing Games mit dabei da habe ich dann Pokémon gespielt beispielsweise oder Valorant oder so und gerade wenn ich halt bedenke dass eben diese Streams die wo ich halt keine Racing Games spiele dass die halt jetzt in der Statistik nicht so krass dastehen oder selbst die Streams wo ich nur teilweise ein Rentenspiel spiele dass die dann halt vielleicht so auf ja keine Ahnung 20 30 Zuschauer im Schnitt kommen wenn ich das halt mit ein berechne dann ist das schon sehr cool auf jeden Fall dass dann halt so viele Leute doch auf Twitch auf jeden Fall am Start waren und ich würde mich wie gesagt sehr freuen wenn du auch weiterhin dann dort einfach noch mit am Start bist würde ich mich sehr auf jeden Fall darüber freuen für mich persönlich wie gesagt war die Entscheidung die richtige das habe ich durch das Feedback jetzt im Endeffekt nochmal gemerkt und ich werde auf jeden Fall auch dabei bleiben definitiv und das war es tatsächlich was so den Content sage ich mal angeht was ich jetzt gemacht habe auf Twitch und YouTube ich bin ja jetzt schon auf die Statistiken auf Twitch eingegangen und ich möchte jetzt auch mal auf die Statistik auf YouTube eingehen über die gesamten Jahre hinweg eben und da sind wir jetzt nach 5 Jahren bei insgesamt laut der Statistik 4 Millionen Aufrufen das ist krass ich weiß es gibt Kanäle die machen sowas mit einem Video ja natürlich klar ich finde trotzdem dass das einfach ne das ist einfach ne krasse Zahl 4 Millionen Aufrufe stell dir euch das einfach mal vor das ist verrückt das ist wirklich verrückt und wenn ich halt bedenke dass ich jetzt nie wirklich nen krassen Hype mitbekommen habe Horizon 4 sind viele Leute dazu gekommen weil es das erste Horizon war was ich auf dem Kanal gespielt habe Horizon 5 hatte schon nen Hype auf jeden Fall der ist aber nach einer Woche auch schon ein bisschen abgeflacht dann ist das wirklich ne sehr sehr krasse Sache finde ich persönlich und da bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf 901 1000 Stunden Wiedergabezeit Moment 901 1000 durch 24 durch 356 wenn ich jetzt noch ganz richtig machen könnte das sind 102 Jahre das ist mehr als die durchschnittliche Lebzeit eines Menschen die ihr damit verbracht habt meine Videos zu gucken das ist verrückt einfach nur und ja nach dem aktuellen Stand stehen wir auch gerade bei 17.500 Abonnenten da gab es auf jeden Fall zwei größere Pusche sag ich mal die stattgefunden haben zum einen natürlich wie gesagt ich habe es ein paar mal angesprochen bei Horizon 4 zu Anfang und dann auch noch mit den ganzen GPOs eben sind halt sehr viele Leute rangekommen auf einmal eben bei Horizon 5 war das gar nicht so krass was die Abonnenten angeht ehrlich gesagt was halt auch wahrscheinlich sehr krass dadurch kommt dass wir halt kein CVR machen konnten den Kreis schließlich gleich ich möchte erstmal mich bei allen Leuten bedanken bei all diesen 17.500 Leuten die beschlossen haben ich möchte ein bisschen länger mit am Start sein die beschlossen haben ich finde den cool der Content interessiert mich vielen 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 lieben Dank an jeden einzelnen von euch es freut mich wirklich sehr dass ihr mit dabei seid und ich hoffe dass ich für euch noch sehr lange weiter tolle Videos dann machen kann auf jeden Fall und jetzt schließen wir mal einen Kreis den ich aufgemacht habe warum ist denn CVR für mich so wichtig gewesen überhaupt oder warum finde ich es sehr schade dass CVR wir nicht machen konnten sowohl aus persönlicher Sicht als auch aus Creator Sicht zum einen ist CVR mein absolutes Liebling Format in Horizon 4 gewesen ist glaube ich kein Geheimnis in Horizon 4 hat mir CVR so viel Spaß gemacht auch mal ein bisschen anders zu spielen auch mal im Zweifel den Kopf ein bisschen auf die Nerven zu gehen auch mal eine Isetta zu fahren einfach weil warum nicht das hat mir so viel Spaß gemacht und wenn ich halt auch mit meinen meist die meist gesehenen Videos anguck dann habe ich unter den Top 10 meist gesehenen Videos auf dem Kanal 8 CVR folgen und auch wenn ich weiter gehe ne warte mal 1 2 3 4 ah das sind 6 pro Reihe ok dann ändert sich trotzdem nicht das sind trotzdem 8 von 10 unter den Top 10 eben und auch wenn ich weiter gehe sind das so viele CVR folgen unter den meist gesehenen Videos das ist der Wahnsinn einfach nur und klar CVR ist immer in Horizon 4 sehr gut angekommen zu jedem Zeitpunkt und ich muss auch ehrlich sagen CVR war das einzige Format kann man sagen was auch während eben dieser Phase als Horizon 5 angekündigt wurde als die Horizon 4 Videos nicht mehr so krass aufgerufen wurde war CVR immer noch das stärkste Format und wie gesagt ich finde es sehr schade dass wir es halt aktuell immer noch nicht machen können in Horizon 5 ich finde es sehr schade dass wir halt euch einfach das Projekt was ihr am meisten sehen wollt nicht bieten könnt und natürlich ist halt auch für mich immer so die Frage was wäre wenn weil am Ende des Tages durch die Multiplayer Formate kommen halt die meisten Leute dazu das ist nicht durch Ray also natürlich auch durch die Pixellen natürlich klar aber ich glaube einfach mal die meisten Leute die Multiplayer Folgen schauen werden mich mittlerweile kennen und werden dann halt entscheiden gehe ich zu dem rüber oder nicht aber zu einem sehr sehr großen Teil einfach sind das halt Formate die es sonst in dem Spiel einfach nicht gibt international betrachtet vor allem halt nicht in der Form da kommen halt einfach die meisten Leute mit dazu und eben nicht nur dass wir Multiplayer erst sehr viel später anfangen konnten sondern auch dass wir immer noch kein CVR machen können was wie gesagt mit Abstand das beliebteste Format bei euch ist wird für mich halt immer die Frage in den Raum werfen was wäre wenn was wäre wenn wir von Anfang an Multiplayer hätten machen können vernünftig und halt halt auch direkt CVR direkt mit CVR hätten reingehen können wo würde ich jetzt stehen wo wäre der Kanal jetzt hätte ich vielleicht jetzt schon 20.000 Abonnenten weiß ich nicht ich bin ehrlich nicht unrealistisch wirklich nicht unrealistisch ich finde es sehr schade es ist halt eine Chance die verpasst wurde wo wir nicht mal was dafür können aber ich sag mal ich bin guter Dinge dass CVR passieren wird in Horizon 5 und wir werden mit der gleichen Motivation reingehen wie wir es zu Release bereits gemacht haben oder gemacht hätten und werden CVR in Horizon 5 bestmöglich umsetzen und das Ganze hoffentlich so bald wie nur möglich was wird die Zukunft bringen ich weiß es nicht keine Ahnung wie gesagt CVR ist geplant viel mehr kann ich an der Stelle auch nicht sagen ich möchte natürlich hoffentlich die Monetarisierung bald umsetzen da arbeite ich mit der gut dran vielleicht ist es mittlerweile auch schon der Fall ich warte eigentlich nur noch auf einen Brief also es kann sein dass mittlerweile schon ein Infovideo auf dem Kanal passiert ist das ist ganz erklärt aber das ist so eigentlich das krasseste was im Hintergrund aktuell läuft ansonsten lasse ich die Zukunft einfach mal auf mich zukommen und ich möchte mich einfach nur nochmal bedanken bei euch für diese fünf sehr sehr geilen Jahre dass wir mittlerweile dort stehen wo wir stehen dass die Videos mir persönlich auch einfach sehr viel Spaß machen einfach zu produzieren ich da auch diesen Aufwand der da reingeht sehr sehr gerne reinstecke einfach und das bei euch dann auch sehr gut ankommt vielen vielen Dank für all die netten Worte die ihr mir in die Kommentare schreibt Dankeschön für jeden einzelnen Daumen nach oben Dankeschön für für alles einfach für einfach alles was die letzten fünf Jahre hier auf diesem Kanal passiert ist weil wenn irgendwas in der Form nicht passiert wäre dann wird es heute vielleicht nicht so aussehen wie es aussieht und ich bin aber sehr froh dass wir aktuell ja so dastehen wie wir dastehen und damit würde ich auf jeden Fall sagen meine Damen und Herren wie gesagt vielen 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 Dank nochmal an jeden einzelnen von euch das hier ist jetzt wie gesagt ein Rückblick gewesen einfach über die gesamte YouTube Laufzeit über die gesamte Twitch Laufzeit über Andy Knight eben über mich und heute Abend wird noch ein entspannter Livestream stattfinden wo wir einfach ein bisschen quatschen werden ein bisschen wenn ihr irgendwelche Fragen habt an mich schon immer gehabt habt dann schaut heute Abend sehr gerne auf Twitch vorbei und ihr könnt die Fragen sehr gerne stellen ich bedanke ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen die auch in diesem Video hier mit dabei waren die sich das ganze jetzt angehört haben schreibt mir sehr sehr gerne was euch so aus den letzten fünf Jahren im Gedächtnis geblieben ist seit wann ihr vielleicht auch mit dabei seid und was ihr vielleicht in der Zukunft auch gerne sehen wollt auch da bin ich natürlich grundlegend offen und damit würde ich jetzt auch wirklich sagen das Video geht sowieso ein bisschen länger als ich dachte aber darf es ja auch zu dem anderen gerne mal sein das war es mit diesem Video wenn es dir gefallen hat würde ich mich sehr über Däumchen nach oben so ein Abo freuen bis zum nächsten Mal Servus